Wir sind wieder zurück, Leute! Und schalten damit Welt 7 frei! Eieiei, jetzt wird's lustig, Leute! Jetzt wird's lustig! 7-1, Qual, der Quader! Jo, ne? Das wird jetzt die asoziale Welt. Jetzt werden hier jetzt alles asoziale K-Level. In der gesamten Welt, soweit ich das weiß. Ähm, es wird sehr lustig für euch. Glaube ich. Joa, ne? Nein, Didi wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Ich würde hier jetzt schon gerne Dixi überall verwenden. Das Lustige ist ja, es gibt hier überall noch Puzzleteile. Und da haben wir natürlich schon unser erstes verkackt, ne? Äh, Hilfe! Wir haben noch immer das erste Puzzleteil verkackt. Also, ja. Keine Ahnung, was da los ist beim ersten Puzzleteil. Oh Gott! Das geht ja auch irgendwann wieder zusammen. Oh! Hm, das fängt ja super an. Okay, komm. Puzzleteil einfach her und sterben. Ist mir ziemlich scheißegal eigentlich. Okay. Dann sind wir jetzt wieder hier, wo wir vorher gestorben sind, weil uns die Zeit ausgegangen ist. Ei, 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 ei. Okay, wir hätten da oben bleiben müssen. Okay. Ist auch scheißegal. Okay. Scheiße. Schon wieder ein Puzzleteil verschissen. Joa, geil, Alter. Noch ein Puzzleteil verschissen. Oh, Alter. Wie viele Puzzleteile wollen wir denn noch verscheißen? Jetzt mal ernsthaft. Au. Okay. Ja, moin. Was geht denn hier jetzt ab? Alles klar, Freunde. Hey. Jetzt übertreibt hier mal nicht, ihr scheiß Entwickler. Ey, jetzt eskalieren sie richtig in der siebten Welt. Ne? Also, jetzt eskalieren sie richtig. Okay. Oh Gott. Das war close. Dass wir da nicht getroffen wurden. Joa, nice. Die ganzen Puzzleteile müssen wir eh nachholen. Okay, wir wissen Bescheid. Oben halten ist die Devise. Damit haben wir das zweite Puzzleteil. Und versuchen hier noch immer alle Bananas einzusammeln. Aber anscheinend klappt das nicht so nice. Okay. Das hat aber nur Münzen gebracht. Naja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ich habe noch die Hoffnung, dass das eventuell kein Puzzleteil war. Aber, ja, ich weiß nicht. Hier kommt dann jetzt so lange kein Puzzleteil. Das ist ein bisschen komisch. Äh. Naja. Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir ja auch einfach hier alles einsammeln. Auch die Münzen. Man weiß es ja nicht, wie krass die Spieleentwickler hier sind. Äh. Vielleicht sind sie ja so freundlich. Also freundlich in Anführungszeichen, ne? Äh. Oh ja. Lol. Ja, lol. Okay. Geht klar. Geht fit, Freunde. Geht fit. Wunderschön. So wünscht man sich das doch, oder? So wünscht man sich das doch. Ey. Freunde. Na? Da haben wir immerhin noch ein Puzzleteil bekommen. Hey. Es läuft. Richtig hardcore sogar. Oh, Junge. Okay. Als ob die ernsthaft wollen, dass man da alles einsammelt. Das ist ja asozial. Es ist fuck. Fuck. Okay. Okay. Ja, immerhin. Geschafft haben wir es, ne? Das ist ja auch schon mal was wert. Ähm. Aber. Ja. Puzzleteile. Ahem. Ne? Drei von fünf. Also eins haben wir noch übersehen. Okay. Dann war es wohl doch da bei den kreisenden Bananen auch noch. Oh. Okay. Aber ich weiß immerhin, wo sie sind. Okay. Was passiert hier jetzt? Eine fette Affenstatue. Öffnet uns den Weg. Zu den restlichen zwei Leveln. Ja, Mensch. Äh. Gut. Dann, äh. Gehen wir nochmal rein. Ja, Squawks schreit hier auf jeden Fall. Verkackt haben wir es trotzdem. Hey. Verkackt. Nice. Okay. Jetzt müssen wir hier auch nochmal alles einsammeln, oder was? Ja. Geht fit, Freunde. Geht fit, Freunde. Ja. Nice, Alter. Richtig verkackt. Okay. Geschafft. Ja, wunderschön. Verkackt. Geil. Geil. Leck mich. Ja, leckumio, Alter. Schon wieder ne Banane vergessen. Fickt euch. Yes. Na, vielen Dank aber auch. Scheiß Spiel. Jo. Verkackt. Leck mich. Leckumio. Bye, bye. Ja, komm. Langsam macht es keinen Spaß mehr. Ja, moin. Wo sterbe ich denn hier? Ja, ne, komm. Ja, leckumio. Ich hab eine Münze verpasst. Fickt euch. Nein, die eine Münze. Ne. Jetzt reicht's. Jawoll. Dankeschön. Klar, aber sterben ist nochmal drin. Ja, moin. Ja, das Level an sich ist nicht schwer, aber halt mit den Puzzleteilen ist es, holy shit. Ja, hohes Rage-Potenzial. Und das war erst das erste Level aus Welt 7. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's erst richtig los, Leute. So, weiter geht's in 7. 2 Schienenersatz verquer. Nein. 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 Ein Minecraft-Level. Jo, wunderschön. Es wird ja immer besser. Bekommen wir da drüben dann noch ein Raketen-Level? Hey. Das ist doch ein Minen-Level, oder? Also, Minecraft... Habe ich Bock drauf. Habe ich voll Bock drauf. Ohne Scheiß. Überhaupt nicht gelogen. Ich habe voll Bock drauf. Ey, Mann. Hallo. Was soll denn der Scheiß? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt hier jetzt dann auch noch mal das Minecraft-Level? Oder ist das hier doch kein Minecraft-Level? Ich blicke hier gerade gar nicht mehr durch. Ich blicke hier gerade gar nicht mehr durch. Doch. Es ist ein Minecraft-Level. Klar, fliegende Fische. Wer kennt sie nicht? Klar. Klar. Fliegende... Ja, klar. Ja, moin. Fliegende Fische. Ich glaube, ich eskaliere gleich. Ich glaube, ich eskaliere gleich. Okay, was wird das jetzt? Wunderschön. Donkey Kong fliegt da einmal rein ins Wasserbecken. Ähm... Ist das ein Puzzleteil? Okay, drei von fünf. Boah. Bisher geht's noch. So, weg mit dir. Dann... Oh Gott. Oh, verpiss dich. Oh, verpiss dich. Oh, verpiss dich. Oh Gott. Ja, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, das vierte... ...haben wir. Alter. Ein Raketen-Level, klar. Da ist das gewünschte Raketen-Level, Freunde. Ja, wunderschön. Wie viel will ich jetzt noch verkacken? Oh, cool. Guckt mal. Das letzte Puzzleteil habe ich verkackt. Hey. Das ist doch wunderschön, oder? Ja, klar. Sterben kann man auch nochmal. Ach, ich finde es so schön, wie die Musik so super entspannend ist. Und überhaupt nicht trollig. Alles klar. Alter, ohne Dixie ist es ja unmöglich. Ja. Ja, leck mich. Okay, Leute. Jetzt machen wir das hier mit dem Raketen-Level. Ja, klar. Nochmal verkackt. Nochmal verkackt. Ich habe keinen Bock mehr. Alter, es ist... Ne. Das ist lächerlich. Ist hier das Ziel? Ne, es geht sogar noch weiter. Ach. Wie wunderschön. Es geht ja sogar noch weiter mit fliegenden Fischen. Ja. Level-Design ist on point. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ich meine, mir ist eh alles scheißegal. Weil ich habe das Puzzleteil ja eh versaut. Also von dem her ist es mir alles scheißegal. Ganz ehrlich. Das ist lächerlich. Diese Final-Level hier sind lächerlich. Nee. Ja, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, Alter. Jetzt muss ich hier diesen Raketen abschneiden. Ich muss das ganze Level ja machen, damit ich das schaffe. Alter. Es ist... Nee. Nee, es ist nicht mehr feierbar. Ja. Gut. Da setzt er einmal die Hälfte zusammen. Und dann bekommen wir nochmal ein Master-Level in der Mitte. Es ist super. Ja, oh mein Gott. Oh, das gibt es ja nicht. Ich habe es gefördert. Stride. So, und jetzt lass mich bitte einfach nur noch heil durch das Level hier durchkommen. Heilige Scheiße. Ich dachte, ich brauche da jetzt auch wieder 10 Anläufe. Vor allem das Ätzende ist halt, du musst das ganze Level davor auch schon machen. Oh, das ist... Oh, leckumio. Ach. Klar. Ist okay. Nice. Na, vielen Dank aber auch. Ganz ehrlich. Damit haben wir es geschafft. Und... Ja. Für diesen Part bin ich erlöst. Im nächsten Part... Gibt es dann... Noch den restlichen Scheiß. Und ich habe so ein bisschen die Angst... Dass 7-3... Noch einfach wäre. Und 7-4 dann... Richtig asozial. Gut. Wir werden es erfahren. Bis dahin und... Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.